Drachenbrücke. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das Waisenhaus in Rifthorn hat eine neue Leiterin. Sie bat mich, diese Mitteilung unters Volk zu bringen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ich dachte schon, Indigo ist tot. Da hättest du als Kurier leider dran glauben müssen. Du hast mir doch gerade was gebracht. Musst dir doch nicht leid tun. Drachenbrücke. Wieder am Arsch der Welt. Kopfgeld. Nein, 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 nein. Adoptionsbrief. Brief für Adoption. Wie war denn das jetzt? Adoption in Betracht ziehen. Sprich mit Constanze Michel über Adoption. Gesucht ein schönes Zuhause in diesen Zeiten des Krieges und der Zwietracht sind die weisen Himmelsrans, die wahren Opfer. Viele haben niemanden mehr, an den sie sich wenden können und sie erwarten ein Leben voller Schwerstarbeit. Armut und Elend. Wenn ihr in der Lage seid, einen dieser unschuldigen Kinder ein beständiges Heim zu bieten, dann zieht bitte eine Adoption in Betracht. Ob ihr ein Kind von uns adoptiert oder eins aus eurer Nähe, ihr könnt einen gewaltigen Unterschied im Leben eines Kindes ausmachen. Habe ich doch schon gemacht. Maisha. Habe ich auch schon wieder ewig nicht mehr gesehen. Du armes Huhn. Inigo! Alter, Panther! Deine Nase ist echt gut. Wird bald ein Running Gag, kann das sein? Ich denke, ich bin so glücklich, aber ich bin nicht geimpft. Na, dann halt, dann halt nicht. Drachenbrücke. Wo sind wir jetzt? Statue für Merida? Ach, das war das mit Meridas Stern. Na dann, komm! Inigo, wir haben ein Ziel, das in der Nähe ist. Auf nach Norden! Bevor wir auf nach Norden gehen, würde ich dir gerne noch ein paar Sachen andrehen. Oder warte mal. Ich versuche mir erst mal meine Sachen wieder richtig anzuziehen. Ich habe jetzt nicht so richtig das Vertrauen darin, dass die hier das mir wieder richtig angezogen haben. Ach, wird schon. Nein, ich möchte dich wieder mal beladen. Du weißt doch, alle zwei Folgen muss ich dir irgendwas in die Hand drücken. Wenn nicht sogar jede Folge. Ich glaube, mittlerweile könnte es sogar jede Folge sein. Es tut mir fast ein bisschen leid. Ja! Eisen! Oh, gescheit, zwei Hände, aber fürcht. Nee. Aber hier, komm! Die, die Holzhacke, die kannst du mal nehmen. Ich glaube, ich habe noch irgendwo, ja, da unten habe ich noch eine Holzfäller-Axt. Die ist viel leichter. Kann ich die einfach ausrüsten? Hätte ich einfach die Axt nehmen können und irgendjemanden umzuhauen. Das wäre doch lustig gewesen. Wahrscheinlich war die genau dafür da. Scheiße. Ach nee, das hier ist das Holzschwert. Ach nee, Holzfäller-Axt. Oh, ich bin wieder so durch den Wind hier. Hier, komm, nimm beide Eisentanten aus. Stahldolch kannst du auch noch nehmen. Die Pfeile behalte ich. Lederrissdung, nur für dich, Reiseumhang meiner. Nimm mal die. Amulett von Stendor, kannst du auch eins haben? Mehr Schaden. Abklingzeit für Schrei, ja, okay. Pelzarmschienen, Pelzstiefel. Habe ich einen anderen Khajiit ausgezogen, der lagen nass am Flussufer. Ich dachte schon, du warst das. Zum Glück nicht. Hier, Hinrichtungsrobe. Können wir uns beide mal aufsetzen, weil wir lustig sind. Ach hier, nimm die ganzen Ringe, bitte. Brauche ich sowieso nicht. Okay, let us get back to it. Jetzt bin ich doch ein denkwürdiger Schlechter. Sieht ein bisschen bescheuert aus. Ich nehme das wieder ab. Hinrichtungsrobe, äh, Kapuze, oder wie war das? Genau. Inigo nicht aufsetzen, sieht dumm aus. Auf nach Norden, oder wollen wir uns hier erstmal umhören? Das Ding heißt Drachenbrücke. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dann von einem Drachen angefallen wären, wenn wir uns hier zu lange aufhalten. Was hat er da? Ach, die gehört die Franzosen da im Pub. Kann das sein? Ach, ihr wart auch schon mal in Markarth, ja? Ich bin da zufällig gelandet. genug Geld, um die Stadt zu verlassen. Ich bin dem Card in nördlicher Flussrichtung gefolgt und kam dann schließlich hierher. Als ich Michelle kennenlernte, wusste ich, wo ich hingehörte. Ich schätze, das ist alles. Ach, das ist gar nicht deine Tochter, sondern... Ihr habt üble Gestalten erwähnt, die durch die Stadt gekommen sind? Die Kaiserlichen und die Sturmmäntel haben jeweils Reiter in diese Richtung geschickt. Sie suchen die Brücke und das umliegende Land ab. Sie haben in der Herberge übernachtet, dann aber ihre Rechnung nicht bezahlt. Sie sagten, Soldaten müssten nicht bezahlen, weil sie ihr Leben riskieren, um uns zu beschützen. Das ist noch nicht alles. Sie haben uns auch noch einen Haufen Holz genommen und einer von ihnen wollte sich sogar an meiner Tochter vergreifen. Diese Leute glauben, sie können sich alles erlauben. Na, was denn jetzt? Macht ihr euch Sorgen, in diesen gefährlichen Zeiten einer Familie zu gründen? Ich meine, falls ich mal auf die dumme Idee komme, so ein paar Zweitmeinungen wären vielleicht ganz geil. Aber natürlich. Jede Nacht bete ich, dass uns nicht ein Drache holen kommt oder die beiden Armeen auftauchen und um die Brücke kämpfen. Ihr fragt, ob ich mir Sorgen mache? Ich habe wahnsinnige Angst, wenn ihr es genau wissen wollt. Aha. Aber um meiner Frau und meiner Kinder willen muss ich stark bleiben. Weißt du, was du langweilst, Michel-Junge. Weißt du, ich habe noch viel geilere Idee. Ja, hier. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass ich irgendwann meine eigene Taverne betreiben werde. Was ist eure Tochter, ja? Um das klarzustellen. Ey, komm zurück. Na dann nicht. Und was laberst du die ganze Zeit, Indigo? Ich frage mich, ich frage mich, wie viele Raindrops haben uns seitdem wir zu sprechen haben. Bereit? 73.859? Oder meinst du jetzt dieses eine Gespräch? Achso, wenn es jetzt schon wieder pisst, dann werde ich mich jetzt mal einkleiden. Ich habe nicht erwartet, dass es funktioniert, muss ich sagen. Blödes Pferd. Komm, Indigo, nach Norden. Ach, red nicht. Da hinten ist ja der Ort, zu dem ich gerade eigentlich wollte. Bevor ich auf die dumme Idee kam, dann unterwegs einen liegenden Kajit auszurauben. Bevor ich mich jetzt aber wieder sonst wohin verrenne und hier in diesen Aufnahmen überhaupt nichts zustande kriege, in die Straße einmal nach links und dann nach rechts, dann sind wir bei diesem verdammten Schrein von Merida. Oder sollten wir doch erst in die Stadt gehen? Ich glaube, Merida hat gesagt, da gibt es ein Problem. Vielleicht ein paar Follower suchen und dann mal sehen. Jetzt entscheide ich mal, Junge. Der wird es doch bestimmt zu Irlner geben oder sowas. Nehmen wir ein paar von denen in unsere Familie auf und dann ist gut. Wahrscheinlich ist das Pferd nur für Weißlauf zuständig. Los, keine Pausen mehr. Wir müssen den Weg nach Einsamkeit finden. Warum gehen wir überhaupt auf eine Hochzeit in so einem abgelegenen Winkel des Kaiserreichs? Ich habe euch gesagt, dass es sich um die Hochzeit von Vittoria Vicky handelt, einer Händlerin mit vielen Verbindungen zur ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Die Cousine des Kaisers, erinnert ihr euch? Hoffentlich stimmen diese Geschenke sie milde, sichern das Importgeschäft und verschaffen uns eine Audienz beim Kaiser. Du scheinst nicht ganz glücklich damit zu sein. Ich bin mit meinem Mann, wenn es sein muss. So, so. Du bist also ihr Mann. Beläst dich nicht, Bauer. Ich habe eine lange Reise hinter mir und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vittorias Hochzeit zu kommen. Ich werde euch von diesen Geschenken befreien, wenn euch das besser gefällt. Was? Nein! Wachen! Hilfe! Deine Frau ist abgehauen. Beläst dich nicht, Bauer. Ich habe eine lange Reise hinter mir und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vittorias Hochzeit zu kommen. Na, dann viel Spaß bei der Hochzeit. Gerne. Was hast du denn so? Aha, aha, aha. Ja. Damit wirst du sehr weit kommen. Komm, Inigo, wir gehen weiter. Die wollen offenbar keine Beschützer, diese, diese Typen. Habe ich noch irgendeine Holzmühle, die ich gesehen habe von hier oben? Also von da unten war das ja. Kurz bevor wir von dannen sind. und mal wieder ohnmächtig geworden sind für eine Woche. Die müssen sich zu Hause auch denken, wo treibt er sich rum? Erst sauf ich mich nach Markart, dann werde ich von der Bruderschaft entführt. Dann berühre ich irgendein Amulett, liegt wieder irgendwo sieben Wochen im Koma. Ne, sieben Tage, eine Woche, so rum. Das ist... Ich werde langsam zum Gespött, habe ich so den Eindruck. Ah ja, doch hier. Das war also dieser Hof, den wir gesehen haben. Pferd stehlen? Ja, nee. Jetzt auch nicht mehr. Schwer für die Zukunft arbeiten und die Vergangenheit ruhen lassen. Das ist mein Motto. Da haben wir Pferde, wie teuer. Genau das ist mein Geschäft. Was bietet ihr mir? Wenn ich mir recht überlege, lieber gar nichts. Dieses dumme Huhn hat mich gerade voll aufgehalten und meinen epischen Abgang versaut. Das war noch nicht die Holzmühle, das war nur irgend so ein... Was bist du denn für einer? Ich brauche kein Pferd. Meine Pferde sind allesamt unnütz. Da vorne lag der Khajiit, auf der Insel da. Übrigens war das glaube ich die Mod-Schatten von Meresis. So eine kleine deutsche Kampagne, wo ich mir dachte, ach nimmst du mit. Ja, ja. Wer hat denn die Trolle erlegt, hä? Und angelockt. und... Und sogar synchronisiert. Das will doch mal was heißen. Nicht so wie der Knabe hier, aber den kann man auch nicht synchronisieren. Er würde an seinem Charme verlieren. Nicht wahr? Denkst du doch auch. Er hat offenbar immer noch keine sehr hohe Meinung von sich. Ach du Scheiße ist das vier Ninn-Words hier. Braucht ihr das zufällig noch? Hallo? Oh, dich kann ich... Folge mir! Oder nicht? Ich muss dich erst mal begutachten. Ja, dich nehmen wir mit. Komm. Super. Einen Begleiter haben wir schon mal für diesen ganzen... Ich gebe euch Deckung. Äh, ja... Lass mich doch bitte erst mal... Ach, das ist nur lauer. Ich dachte, das wäre... Näh. Mein Fehler. Ich bin direkt hinter euch. Wo ich schon mal gerade dabei bin. Amazing Follower Tweaks Optionen Begleiterverhalten anpassen. Meine ganzen Tötungs... Versuche waren vergeblich, denn die sind alle aus irgendeinem Grund als unsterblich markiert. So. Kann ich noch irgendwas einstellen? Aktiviere verstärkte Regeneration im Kampf. Aktiviere bla 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 bla. Alle Begleiter. Ignorieren. Friendly Fire. Ja, weiß ich nicht. Erstmal... So, Biestbegleiter ignorieren. Ja. Begleiter nehmen am Kampf teil. Begleiter verweigern nie Befehle. Begleiter fliehen nie vorm Kampf. Begleiter benutzen Pferde. Pferde fliehen im Kampf. Begleiter lösen keine Fallen aus. Wär doch doof. Relaxen automatisch ist... Achso, das ist hier alle Begleiter. Begleiter-Skill hoch. Was? Meinetwegen könnte ihr Skill auch normal sein oder so. Oder was war das jetzt? Ah ja, okay. Ich glaube, wir machen mal den Skill hier aus, was auch immer das ist. Vielleicht sind sie deswegen etwas überpowert. Schnellzugriff auf Inventar erlauben. Hinweisnachrichten anzeigen. Begleiterstufe aktualisieren. Schadenstärke. Begleiter holen sich nicht im Kampf. Im Kampf fände ich ein bisschen... Naja. Begleiter Limit 3 lassen wir erstmal so. Sehr schön. Du bist somit die Erste, die wirklich... ...was riskiert, wenn sie sich in den Kampf wirft. Vielen Dank dafür, meine Gute. Natürlich, es sei denn, ich habe dich zufällig als einer der der... ...unsterblichen eingebaut. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Inigo! Ich habe eine tolle Nachricht für dich. Was ist deinem, ist mein. Nein, diesmal andersrum. Diesmal nehme ich dir nämlich alles ab, was du nicht mehr brauchst. Und stopfe es der Tante dazu. Dazu will ich meine Dietrich hier zurückhaben. Unnützer Kater, du. So. Schlüssel zu Rifter mal Gefängnis. Hätte ich auch gerne. Inigo der Brave kannst du behalten. Zauberkampf der kräftigen Heil 20? Ja, du musst es ja... ...du hast es wahrscheinlich nötig. So, Barbarenrüstung. Ziehst du ja sowieso nicht an. Gebe ich gleich ihr. Dragon Priesthood. Ja, damit. Fellrüstung. Großer Rucksack. Du nimmst wahrscheinlich den anderen, ne? Hintenrichtungskapuze nehme ich auch mal wieder an mich. Die Kleidung. Ja, nee. Vieles davon kannst du behalten, aber nicht alles. Stulpenstiefel. Ja, gib mal auch her. Vampirrüstung. Wäre wahrscheinlich besser für sie, aber... So, du benutzt dein Ebenerzschwert. Würde ich wahrscheinlich auch tun. Schwert der dritten Ära. Falle mal Kriegsachst. Belastbar. Orkscher Streitkolben. Und ein Stahlschwert. Mal gucken, wofür sie sich entscheiden wird. Danke, Inigo. Jetzt werde ich versuchen, sie hier auszurüsten. Und hoffe einfach mal... Ich muss dich mal irgendwie von hier aus ansprechen. Lieber von hier. Nein, 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 nein. Nein, ich will das mit dem Rücken zu mir. Nur so für den Fall, dass jetzt hier gleich wieder irgendeine Zensur versagt. Man weiß es ja nie. Ich habe mal die Follower durchgetestet. Zumindest einige von denen. Manche von denen haben wirklich keine Unterwäsche an. Was soll ich nehmen? Du sollst nehmen. Näh. So. Und? Steht ihr doch ganz gut. Die Barbaren Rüstung kannst du behalten. Was soll ich nehmen? So. Schwerter waren wir gerade. Nimm mal die Falmer-Axt. Und den Orksstreitkolben. Und das Stahlschwert. Und such dir davon deine Waffe aus. Und nur deine Waffe. Hier, von Tathos kriegst du meinetwegen auch noch ein Amulett. Das behalte ich. Ich glaube, die Haube, die ist nicht so deins, oder? Feine Kleidung ist meine. Feldrüstung kriegst du nicht. Dann ziehst du die hier um. Hin Richtung... Hier, die Pelzarm-Schienen. Meinetwegen such dir was aus davon. Gut, und jetzt nehme ich dir bitte nochmal trotzdem diese, dieses... Daran pöchst du das Ding ab. Denn ich habe so den Eindruck... Ihr geht vor. Ich folge. So, was hast du ausgerüstet? Die Falmer kriegst. Ach, siehste. Ich möchte immer noch tauschen. Und zwar habe ich vergessen, dir den ganzen überflüssigen Kram zu stecken. Hier, Amethisten. Familienerbstücke. Bärenzeug. Diamanten. Fackeln. Fuchspelze. Gold ist meins. Mädchenkleid behalte ich ebenso. Genau, das kann weg. Kinderpuppe behalte ich auch. Kriegst du auch nicht. Kriegst du auch nicht. Den kannst du haben. Kannst du haben. Kannst du haben. Kannst du haben. Ja, bitte beide. Ach ja, Sehensteine brauche ich gerade so. 15 Wolfpelze. Kein Wunder, dass ich so schwer bin. Vielen Dank. Inigo. Du kriegst noch. Nein. Das ist derselbe Mist wie immer. Du kennst mich doch mittlerweile einigermaßen. Du kriegst jetzt nur den ganzen Kram wieder, den ich ihr nicht andrehen wollte. Zum Beispiel. Ach, siehste. Den Rucksack habe ich ganz vergessen. Ja, wir gehen ja gleich weiter. Meine Güte hier. Dieser Aufstand. Nur war ich nicht sofort. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Den Rucksack. Achso, den hier. Jetzt kann ich den nämlich belasten, wie ich will. Cool. Wir sind schon wieder zu dritt. Bald sind wir zu viert. Mindestens. Hoffe ich. Dann können wir gucken, was da oben bei Merida los ist. Aber erstmal sollten wir dann in die Stadt da hinten, glaube ich. Auf die habe ich gerade Bock. Dann werden wir auch mal wieder einen neuen Ort kennen. Ich habe den Eindruck, ich habe aber was entdeckt. Aber ich sehe nichts, das ich entdeckt habe. Außer den Hafen da unten. Oh Gott, ey. Das wird alles noch so, so. Wir sind doch nicht mal ansatzweise fertig mit dem Spiel. Könnt ihr schon mal raten, wie viele Folgen das werden? Was ist denn hier passiert? Klar, Sturm, Truppen, Mantel, ne, ja, alles. Meine Teuerste. Du sollst dich mal zum Feindbild machen. Das würde ich unglaublich gerne sehen, wie die Leute auf dich reagieren. Wenn du hier diesen Sturmmantel-Umhang hast. Zudem würde ich dir gerne noch in die Hand drücken. Ne, so ein tolles Schwert, was er gerade hatte. Worum ist gerade hier der Eisen-Zweihänder? Yeah. Kriegst auch noch das Schwert der dritten Ära, weil ich gerade so gut drauf bin. Und hier die Fellstiefel und die Fellhandschuhe. Zieh dir an, was du willst. Okay? Dann mal los. Dann mal los. Siehst du, schönes Zweihänder. Du haust auch schon viel mehr rein als eben. Und der hier. Ja, der hier. Ja. Nein, nicht so. Pass auf, Inigo. Du musst das immer geschickt machen. Na. Der ist ganz schön schwer, der Typ. Hat der noch irgendwas? Nee, der hat nichts mehr gebunkert. Habe ich ihn jetzt hier raufgehoben? Nö. Ich will ihn hier doch einfach nur hinten. Bei dem Kutscher. Ins Dings packen. Weil das dem Kutscher garantiert super gefallen wird. Wenn er zufällig eine Leiche mit sich rumfährt. Scheiße, fast. Fast, 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 fast. Ach, Menno. Ich weiß, sinnlose Spielereien, aber... Ach, scheiß drauf. Das dauert mir jetzt zu lange. Tun wir einfach mal so, als hätte ich ihn aufgeladen und freuen uns. Das dauert mir jetzt.